Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Ankündigungs- bzw. Fragevideo an meine Zuschauer. Ja, es geht darum, um Minecraft, also es sollten vielleicht viele zuhören. Ähm, wenn überhaupt jemand zuhört, bitte zuhören. Wie gesagt, es geht darum, das wird genau hin. Ich hab ja, ähm, gut, ihr habt die Folge noch nicht gesehen. Ähm, ich werde in meinen Let's Play Minecraft, die neuen Folgen, in der 1.2.3, also in der 1.2 selber, werde ich erwähnen, dass, ähm, ja, dass ich, ähm, kein, dass ich, ja, ich will mich nicht spoilern. Ich sag etwas mit Dschungelbiom. Ich wollte einfach nur wissen, ähm, ob jemand weiß, beziehungsweise ob jemand, äh, fähig wäre, meine, naja, beziehungsweise ob jemand in der Lage wäre, mir zu zeigen, wie man, ähm, mit Minedit umgeht. Weil ich hab mit Minedit ein kleines Problem. Ich starte es und irgendwie, wie soll ich sagen, naja, ähm, ja, es ist ein blauer Hintergrund und nicht so, wie bei anderen Leuten zum Beispiel, die Welt zu sehen. Und ich möchte halt gerne, beziehungsweise irgendwie meine Welt mit irgendeinem Programm oder was hat ich auch noch eine Möglichkeit. Ich überlege mit Worldedit. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert mit Worldedit. Äh, ob es da mit Copy und so weiter funktioniert. Ähm, vor allem mit Singleplayer, weiß ich noch nicht genau. Ich weiß nur Multiplayer und die Uploads wären halt extrem bei meiner Scheißleitung. Jedenfalls, ähm, wenn ihr irgendwie eine Idee habt, wie man eine, wenn man, wie ich hier zum Beispiel mein, das Playhouse, das würd ich auch gerne haben, mit ein bisschen Umgebung in eine andere Welt einkopiere, dann schreibt mir bitte eine PM oder einen Kommentar. Ich werde dies beantworten und, äh, dann vielen Dank. Und bitte macht das auch. Vielen, vielen Dank. Bye.